so 100 von denen da könnte schwer werden denke ich mal 490 was die sich verwandelt die verwandeln sich jetzt war okay nach den regenbogen ich brauche mal was Ja, aber was? Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Ach, das ist ein komisches Umwandlungsding. Jetzt wandelt das nicht um. Äh, das war klar. Toll, da passiert da nix. Da, wenn man es braucht, passiert nix noch. Ja, ha, jetzt hat er sich umgewandelt. Ja, alles klar. Wo ich den blauen gebrauchen kann, da ist er weg. Aha, da passiert die ganze Zeit. Tasty. 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 Weniger als zwei, das ist doch schon mal gut. Drei Stück. So, in welcher Fall jetzt habe ich den weniger als zwei. Aber, aber, aber. Wie war das nicht gleich? Oh. Das Problem ist. Das Problem ist. Sweet. Wenn ich nur Leerläufe habe. So, das geht nur. Drei Stück. Das ist schon mal ein gutes Verhältnis. Äh, okay. Dann müssen wir noch alles schönes. Sweet. Das ist jetzt hier schon mal gar nicht. Ja, tot. Wieder verwandelt. Sauerei. Drei Stück. Drei Stück. Unter zwei pro. Sweet. Da hab ich ja auch wieder nix gekriegt. Boah. Dieser Umwandlung das nervt. Da war dann auch wieder nix. Ah, ja. Diese Grafik. Toll. 50 Stück in 28 Zügen. Ja. Super. Da kann. Da kriegt's. Der kriegt so ein blauen Einen. Mach da schon, dass das nicht funktioniert. 47 auf. 47 drauf. Auf. So. Ja, ja, war klar, dass der sich hier wieder umwandelt, dass ich hier wieder ja kein Dreier kriege. Dankeschön. Hahaha. Hahaha. Das war ja wohl klar. Das war ja wohl klar. Da hatte sich schon wieder verschlechtert. Das ist doch sauerweise. So. Dann kommt keiner. War klar. Ja. Drei Stück wieder. Das ist wieder doppelte Pfeil. Das ist okay. Hui. Sweet. Ja, da kriegst du sowieso kein Grün rein. War klar. Das war ja klar, dass ich da kein Grün rein kriege. Äh. Toll. 32. 17 zu 32. Toll. Hahaha. Aaaaah ne. Die macht mich ja fettig. Die. 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 Ich fühle mich doch hier nur veracken. Toll. jetzt werden wieder zu viele ja dankeschön die geld gar nicht mehr dran der blaue ob ich keine aufgabe nicht lösen ja ich habe aber nur acht züge hahahahahaha so war's 12, 5 und 12, eh, ob das dann gut war? Wie sollst du das denn jetzt hinkriegen, mein Freund? Acht! Acht! Impossible! Tasty! Sugarcrush! Boah, da waren wir knapp! Tasty! Glück gehabt! Level abgeflossen! Ja, mit viel Glück! Und wir werden bei Ladung gehalten mit Geschenken. Tschüss! Okay, Level 306. Okay! Okay! Alright, so okay! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020